Was geht, Freunde? Wir bewerten heute eure Song-Transitions. Ja, ich wurde mit der Idee therapiert. Ich wollte, also, ich weiß, ich hatte eigentlich keinen Bock, ich sag ehrlich, aber heute machen wir es. Die Idee ist halt von TikTok. Die Idee ist von einem TikToker, ich glaub, oder YouTuber auch, Streamer, der heißt DoItForMonta, glaub ich. Bin sehr gespannt, was ihr für Song-Transitions raushaut. Gucken mal, lasst den Video einen Kommentar, ein Abo da, lasst einen Follow auf Instagram, da würde mich sehr, sehr freuen. Ich bewerte die ganzen Dinger von 1 bis 10. Ihr könnt natürlich auch mitbewerten oder auch eure Song-Transitions reinschicken. Die kann man dann auch so privat mal testen, ja. Ich küsse eure Herzen, Freunde, wir gehen direkt rein. Guck mal, Primes. Du hast eh meinen Kopf therapiert immer mit Musik und so. Musik-Content hast du meinen Kopf therapiert. Äh, Earthquake von Tyler. Earthquake von Tyler und? Break a Bottle von Eminem. Das heißt, äh, eine Sekunde. Eine Sekunde, okay. Hä? Als ob, wie gut, hä? Ich sag ehrlich, Off The Start Primes von mir eine 9,3, Bruder. Ich sag ehrlich, das war sehr cool. Drunk and Nasty von Pierre Bourne into Yeserski von Lil Uzi und 217. Diese Pause ist bei mir nicht, ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre bei Gott sogar diese Pause. Hast du Crossfit oder so drinne? Nein, hab ich nicht. Sicher? Fünf von zehn, sechs von zehn. Wenn du noch eine findest, Bruder, bleib unten drinne. Touch this guy into, äh, in 8 out of 10. Mein 10 wird. Hä? Who grips the mic and likes to kill their friends all the way. Hä? Irgendwie gar nicht. Nein. Das war keine 8 out of 10, Chad. Das war eine 2 out of 10. Ich sag ehrlich. Zeus, mein Bruder, der das Video schneiden wird. November von Tyler, the Creator. Ulz von Baby Kim. Äh, Crossfit drinne? Ja oder nein? Äh, nein. No one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Hey, Baby Kim. Okay. Okay. Zeus, schwör auf alles. Du hast das nirgendwo gesehen? Ich hab's komplett aus dem TikTok. Ich wusste es. Ich wusste es. Du hast gesagt, du würdest googeln. Ich hab sofort TikTok-Ding. Best-Tong-Clane-Sessions. Aber ich find's trotzdem sick. Wär's jetzt nicht geklaut, wär's von mir ne 9 von 10. Aber es ist geklaut, deswegen nur ne 7 von 10. Ja, mit dem. Du musst die Pause mit einbedenken, mein Bruder. Er ist einfach aus Discord gelieft, Digga. Er ist einfach aus Discord gelieft. Mach mal als erstes so ein Cloud von Offset. Body for Life von Boondock. Das Crossfade auf 3 Sekunden, glaub ich. Äh, keine Ahnung, Bro. Ja, Chad klaut einfach die Transitions. Klaut so aus anderen Videos, dass wir hier ein gutes Video kriegen, weil die Kommentare, ich seh' sie jetzt schon wieder, man wird wieder beleidigt in den Kommentaren. Chillt mal in den Kommentaren, bitte. Atmet mal, holt Luft, okay? Äh, einmal Location. L.E.S. von Childish Camino. Ich weiß nicht, wie das so ausgebrochen wird. 3 Sekunden Crossfade. 3 Sekunden. Kriegst du 6,5 von, äh, 10 von mir, ja. Ja, äh, mein Song ist auch einmal November von Tyler the Creator und dann von, äh, Offset Balenciaga Challenge. No one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Listen, okay? Let me just say this. If a nigga wanna fuck with me, he gonna fuck with all of me. Ja, 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 ja. Das ist diese, diese Telefon-Transition. Telefon-Transition. Gebisch. 8,5 von 10, Gebisch, ja, ja. Aber wir müssen jetzt aufhören mit den Telefonleuten. Einmal Kilbel, SZA. The Struggle. Hast du SZA gesagt? The Struggle von The Garden. 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 Sehr gern. Ja. Was? Lieber gern von Tyler the Creator. Ihr habt doch Tyler, seine Mutter gefickt heute, habt ihr. Und, äh, der nächste Episode von Zimtburg. Crossfade, ja, nein? Ja, 4 Sekunden. Ja, 4 Sekunden. Kann man mitarbeiten, Jotaro. Kriegst ne 8 von mir, mein Bruder. Gebisch, Chad, war gut, hä? Ähm, einmal Finesse von Drake. Ja. Und, äh, Coffee Bean von Travis. Ja, 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 die war gut, die war, die war, die war gut, Chad. Ja, 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 der war, ich glaub, die Song-Track, ich glaub, die Transition hat's gerettet. Jetzt, meiner Meinung nach, ne, 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 ne 8 von 10, Chad, Gebisch. 1. Liedsico-Mode, 2. Floor, 5, 5, 5 von X. Hä, wow, okay. Ja, okay. Ja, so ein Mittelding, so ein Mittelding, so eine 6, Bruder, so eine 6 von 10. Yeah. Seid ehrlich, seid ehrlich. Ja, Gebisch. Ja, da bin ich, ich war nie weg. Sie war nie weg, ich war nie weg, ich war nie weg, Junge. War gut, da soll ich weitermachen. Ja, 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 das ist tough, Gebisch. Ja, das ist tough, das ist tough, das ist tough, Gebisch. Das kriegt auch wieder eine 9 von 10 von mir, ist ja geilig. Ich hab nicht mal gemerkt, dass der Song geswitcht ist, ist ja geilig, ne. Ist das die erste 10, Chad? Ist das die erste 10? Für mich gibt es die 10, Digga, ich fand das super. Yes. Ja, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ja, gut, Gebisch. Gut, kriegst ein 8 von 10 von mir, Tamam, hab ich wie. Oh, krass, Alter. Das war grad krass, 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 okay. Tough, tough, tough. Okay, okay, geht so 6 von 10, das erste war so eine 8 von 10. Wir gehen ins nächste. Kennt man, Chad, kennt man. Kennt man. Okay, ich check, ich check, ich check, okay, ich check. Overall geben wir dem Ganzen eine 8 in Halb, Chad. Kannte ich noch nicht, kannte ich noch nicht. Knallt. Gut, ne? Geb ich. Geb ich eine 8,7, mein Bruder. Ja, geb ich, geb ich, geb ich. 8 von 10, passt. Na ja. Egal, auf jeden Fall ist es anders, passt schon. Ich war eingeschossen, Alter. Okay, wir gehen rein. Ja. Da ist so diese kleine Stille, wisst ihr, die fuckt ab. Das ist okay, ist okay, ist eine 8, Bruder, ist okay. Das ist eine 7,5. Das ist eine 9 von 10, mein Bruderherz. Danke schön, danke schön. Boah, guck mal, wie cool. War gut, ja? Dann haut rein. Krass, so cooler Abgang und so. Was soll, was soll ich machen, Digga? Ich bin neu. Cooler, cooler Abgang, Digga. Ich weiß nicht, wie man die abgemacht hat. Sehr, sehr cooler Abgang, Digga. Ich sag ehrlich, sehr krass. Hau rein, Mann. Hau rein, mein Bruder. 9 von 10. Geh. Ich sehe die Vision. Ja, okay, es war gut, war okay, war clean, war clean, gebe ich. Krieg's eine 8. Boah, feier ich, feier ich, feier ich. 8 von 10. Kennt man? Ich kann, ich kann, ich kenne viele nicht, Chat. Ja, 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 gebe ich. 9 von 10, wir machen direkt in die nächste Reihe. Ey, ey. Ey, stark diese so, diese Reverb, dieses. Ey, gebe ich. Ja, gebe ich doch, mein Bruder Shavi. Ja, es ist okay, es ist einfach nichts Neues. Es ist auch nur noch 15 scheiß Dreck, Ben, Alter. Das ist crazy. Ah, so mit dem Schuss und so, meinst du? Gebe ich, kreativ. Gebe ich, ist kreativ. Mit dem Schuss und so gebe ich, finde ich cool. Voll Ass, Digga. Ich sag dir, wieso? Laberst du? Bruder, guck doch mal der Chat. Ich schwöre, war gut. Luis meinte auch, ist gut. Mach mal Kermann. Habo! Einfach für nix angemacht. Du Dreck. Okay, Freunde, das waren die Song-Transitions von euch. Ja, wie gesagt, das Format, das habe ich auf TikTok gesehen, von Monta oder Monte, sorry. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst dem Video in den Kommentaren, Abo da. Schreibt mir gerne eure Transitions in die Kommentare oder auf Instagram. Lasst da gerne ein Follower da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich küss eure Herzen, Freunde, bleibt gesund. Und wir hören uns Slums ab.